Das ist doch Wahnsinn! Zellhaufen, wunderschöne kugelrunde Wampe, süße Füße und Gebrüll. Was passiert dazwischen? Wie können so wunderbar geformte Füße aus einem Zellhaufen im Mutterleib entstehen? Da müssen wir unbedingt genauer hinsehen. Heute geht es um die Entwicklung im Mutterleib. Die Entstehung von neuem Leben ist doch immer eine große Freude und auch irgendwie ein echtes Wunder. Die meisten Säugetiere, zu denen auch wir Menschen zählen, bringen ihren Nachwuchs lebend zur Welt. Es wird also ein neuer, lebensfähiger Organismus geboren, der sich tatsächlich im Mutterleib aus einem Zellhaufen entwickelt hat. Das schauen wir uns beim Menschen nun mal genauer an. Neues Leben beginnt dann, wenn die Eizelle einer Frau und die Spermienzelle eines Mannes verschmelzen. Beim ungeschützten Geschlechtsverkehr gelangen Millionen von Spermien in die Gebärmutter der Frau, nur wenige Hunderte anschließend in den Eileiter. Hat es eine Spermienzelle in den Eileiter geschafft und trifft dort auf eine reife Eizelle, passiert die Verschmelzung. Meist verschmilzt nur eine Spermienzelle mit der Eizelle. Da eine unbefruchtete Eizelle nach dem Eisprung übrigens nur eine recht kurze Lebensdauer von 12 bis 24 Stunden hat, kann der Kopf einer Spermienzelle ausschließlich in dieser Zeit in die Eizelle eindringen. Diese nun befruchtete Eizelle nennt man dann Zygote. Die Erbsubstanz der Mutter und des Vaters vereinigen sich in ihr. Die Zygote beginnt sich daraufhin zu teilen. Aus der einen Zelle werden zunächst zwei Zellen, dann vier, acht und so weiter. Ein werdender Zellhaufen eben. Feine Flimmerhärchen im Eileiter transportieren das Zellhäufchen in Richtung Gebärmutter. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! Mal haben! Bis zum nächsten Mal.